Siege Scheiße Leck Leck HH Leck ja auch weil wieder Tag nein was ich mache schon einstellt euch schon das Geräusch für die Höhle Fernsehen sie in Drüben was er sieht er sagt klar war sie da das ist bei der gleichzeitige drauf schaffen mann ich würde ich jetzt auch mal darauf schaffen das Stadtsprünge hier mann mann sprüchte alter sprüchte 50 mal den selben Sprung ey ey das kann doch nicht so schwer sein ich hab doch schon gesagt oder ja nein das Kacke alter alter die Stelle ist es richtig ab wohl steht ist so ich stelle ich mal vor nein so kommen die stelle sich vor wenn es wäre wenn ich da habe wäre der Scherfahrer fiktor und sein ist hier muss man hinspringen auch hier ist ein bisschen schwerer und einfach einfach bis nach ganz einfach bis nach einem Helden hat wir für die ich jetzt mit Absicht eigentlich so würde ich jetzt eigentlich gehen ich schlägt sie alle so würde ich jetzt gesteckt haben ich habe auch gar nichts gemacht ich habe nach oben so dass die mir zeigt so das kann auch keine Sauberinzeit auch Gott vorhanden nein vorhanden ja ihr könnt nur wenn ihr nicht so schön grünen es scheint es vorhanden will ich so schön grünen von haupt das ist vielleicht vorhanden hat grün es war stuch in der von deinem Mann ich versprechen breitmaul also sich so hoch und er war schon schlecht nun mal an etwa bei der 6 der Karte nachgelassener Prozent zwar in der Hälfte der Scheiße als Kinder aber auch ein bisschen nachgelassen welcher wir haben es nur in welchen es soll nie okay den Sprung werde ich jetzt Schaffern bei abgerutscht also das ist jetzt schon allen passiert wenigstens war ich schon einmal weiter was ist das jetzt als Kampfansage ansehen oder wie ja nein hey und der Krieg abweist das ist so das nein in Dora abgärten und hat er vor da werden da werde ich er hätte die Gespräche ja ich probiere von darauf passiert und ein mann es ist extra damit ich damit immer nicht in den weg lauft ja er hat das extra deswegen gebaut jetzt versuche ich mal ein bisschen versuch ich da ich versuche ich das immer von da ich weiß jetzt schon dass ich die challenge ich packen werde wenn man schon bei dem ersten sprung verkackt da kann es ja nicht besser werden weiß das kacke weil alle springen so scheiße vor allem weil sie sich aber kurz raus und wieder rein vor allem weil sie keine statistik also wie man den sprung schaffen kann ich meine taktik ja einfach dadurch sprinten und springen mehr kann nichts machen die taktik übelste taktik das macht man nicht bei überall im richtigen moment zur seite drücken ja wenn man auch zur seite drücken hat sie vorher geschafft aber so ein paar packen wachstum die beide voll rum wenn das drinnen ja springen und hier hier bin ich hallo ich sehe dich nicht hier dann schlug sich noch mal aus da bist du was ich glaube ich noch mal aus oh man bist du froh Prozent die sind es hat um er hätte ich auch und um was gebacken 4 der Papel und ich habe oft gelernt ich habe auch die gedrückt ja ja so ein paar Prozent bei dem Fall und das ist mir doch egal das steht gerade bei mir hier nein ja ich kann nicht sehen ich kann nicht sehen nur weil du da bist Vorsichtigkeit für die mich aber Affe quasi das ist ist richtig gut der Hälfte sind leise und es wird scheiße ich bin der und scheiße die das war ungefähr so ähnlich wie das vermeiden vorherigen ungefähr nichts ist so besser jetzt hat man so komisches Riss willen ist so das kann aber nicht von mir kommen klar ja weil es dann der Hetzelalter gestellt das kann von dir also ist so boah ja ich glaube das kommt von dir quasi das war halt von mir Alter mach mal ein bisschen leiser und ein bisschen schöner und ein gewalt bisschen besser gekauft werden und der Sprung und der Sprung ich probiere es jetzt von hier das ist bestimmt viel einfacher ja viel einfacher und der Sprung scheiße ey und danach scheiße und danach die Sprünge sind noch besser können wir doch kein Block hinbauen dass wir nur den zweiten Sprung machen weil der ist jetzt schon zu schwer ich bin so fast dafür ey boah ne wie so wie so Sprint mir gleichzeitlich ey was hab ich der Kacke k ihr seid schon ziemlich schlecht als Maul dein Hetzel ist kack dein Hetzel ist kack dein Hetzel ist auch nicht besser ist so Pazzi ne wie so löscht du los oder nicht los renne leck mich du Sacken ab Flo du wirst sauer du darfst nicht sauer werden vergiss das nicht mein Puls ist schon auf 180 ey man Flo als erstes du es geschafft hättest klar ja hättest du einen durchgemacht ne du Sacken ab ich hätte es jetzt komplett durchgemacht ha ha ich hatte so rieb ey man ihr schaut die Scheisse ich dachte boah ja das wird wirklich geil Mann wie soll es das so wie zu tun mit wie zu tun mit wie zu tun mit zu sagen weil das super Spaß macht ich bin dabei bei der Städte das geht mir gerade voll auf dem Sack passiert als Schenke Schar ja nein Pazzi nein geh doch mal weg Flo René so hier wird nicht gescheedet René helf mir oh Pazzi hör auf Mann ich dachte da wieder drauf das verlange ich das war nämlich irre schwerer drauf zu kommen danke mein texture pack aussieht oh Gott ich ändere es wieder man so ich darf da drauf ich hab's nämlich geschafft und er wenn jetzt schon ist wenn mein Minecraft man hat sie geschafft hoffentlich mit dem Minecraft hat recht gut alter wenn hier was los ich hab das texture pack gewechselt deswegen sauber anscheinend falsch ne alter passiert öfter alter ja und er jaja oh Gott Alter ist der voll leicht von da oben äh bist du noch auf der Leiter da ist gar keiner mehr auf der Leiter du bist bei mir voll weit oben tja anscheinend ich bin ich aber komm boah ja das ist voll unrealistisch dass meine Leiter weiter rutscht ok erlaubt habe ich glaube ich raus neuer neuer so wie ich hätte es dazu lieben hier lebt mich also was hast du gesagt vorletzt mich die das war die schlechte hat und wir haben das geschafft die start 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 ich weiß ich weiß man vor e auch von uns irgendwie schon da und der Versuchung selbst von da wir sind doch dumme ja klar natürlich sauber ich war schon wieder drauf und bin runter gegangen doch und jetzt habe ich es nicht geschafft was soll ich jetzt aber schlagen Gott sei Dank Gott sei Dank Gott sei Dank ist schon auch ich halte ich hätte es verdient sich gewesen die Leute was da der Sprung ist ja mega krass machbar ist nicht leichter aber er hat die doch hier auf den auf die Leitern hier und alt vorjahr richtig leicht bist du äh ich weiß gar nicht warum ihr euch so dumm anstellt das ist voll einfach natürlich wenn er protzern schafft er ist ne die kleine Sacknaht ey boah ha man pass ich wieso schaffst du es immer wenn ich schaff das war nicht scharf nein ich bin dran boah kacke oh gott der ist einmal weiter boah das ist scheiße der Sprung du brauchst ich jetzt nicht jedes mal aufringen wenn du ihn nicht schaffst das schon ich war halt auf der Leiter und fliegt da mal drüber ey du ich hang noch niemals an der Leiter boah ich nippel da jedes mal ab ey du rutscht meinst du ja ich habe die Sache gerade da boah man ich schaff's einfach nicht doch Gott boah man sollte wenn man Schiff drückt sich gar nicht mehr boah ist das kacke macht mich der Sprung wütend merken wir gar nicht ja das ist ja gut ne ja ich glaube schimpansen schimpansen ja auch verdammt der Schimpanse der voll mit Pheromonen und mit Kacke um sich wirft das kann ich mir gut vorstellen das sollte es in Meinschaft geben schimpansen nein keine Karten werfen nicht werfen ja das sind sie das wird ziemlich schlecht ja und das erfolgt ist und scheiß auf die die Fresse ist und das verliert sie die Hälfte des Lebens wenn man die dann vorhanden hält ja wenn wir die erzählen dann hat man die Kacke werfen des Maschinen gewährleistet und hat sich dann für Kripp als Abwehrschutz soll ist so die Zentren dann mit Bananen und dann werden das zu klein hausekrieg aber muss es dann angeben ja natürlich dann gibt es auch Bananen neuster Petsch nach 1 schon klar 1.6 noch Gott mal ihr kein Baum mehr auf welcher Version spielen wir gerade 1.2 1.5 und 2 2.0 2.0 2.0 2.0 ja los sauber ey was ist das nochmal als Anwalt 2.0 bei der 2.0 wird es keine Ahnung wie witzig das aussah Nuller 2.0 wieso ist das Checkpoint eigentlich zu was das kacke ist das scheiße verdammte ey ich hätte es geschafft in einen Durchlauf warte ich weiß man muss einfach mehr Anlauf nehmen ja klar bist du von der ganz hinten Flo komm 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 hier in der ganz hinten hier komm wir geh hier hinten ha witzig Pasi bist du geckig geckig Zauberei hat die jetzt echt aus dem Glaskopf nein wir haben es repariert du spürst als habe ich jetzt geschafft in einen Durchlauf ey mal ich hätte es voll gepasst halt zum Haul weil das ist gar nicht einfacher was haben wir Zeit geredet ey aber ich möchte wenn ich jetzt von hier springe schaffe ich das sofort aber noch ist die Challenge witzig ich hab's ja wie gesagt wenn ich von da springe schaffe ich es sofort boah ey jetzt im Erd ey du homo schau du homo nein wir spüren pingpong mit dir Junge man jetzt schaffen wir es wieder nicht danke Pasi aber ich schaff das jetzt wieder von da unten du Arschloch ich hätte es gepackt in einen Durchlauf ich durfte jaaa ey nein nein übertreibst doch nicht wieso macht ihr das was hab ich euch getan Mann ich hab dir den Heap vorbei leck mich dein Heap hat mich beinahe und sich die Wand katapuliert tja boah nein jetzt schaff ich es wieder nicht danke leck mich leck boah warte